Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bianca von Lewinsky. Ich bin die Hausleitung vom Minihaus in der Menzinger Straße. Bin stolz, Teil des Teams von einem der sieben Minihäuser sein zu dürfen. Nachdem ich dann einige Jahre im Minihaus in der Kinderkrippe gearbeitet habe, als Kinderpflegerin, habe ich dann die tolle Möglichkeit bekommen, das hauseigene Trainingprogramm für Hausleitungen zu machen. Noch mal ein großes Dankeschön ans Minihaus, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Ein genauso großes Dankeschön ans Team. Ich genieße die Arbeit mit euch, macht eine wunderbare Arbeit. Die kommen jeden Tag mit einem Lächeln in die Arbeit. Die nächste Frage ist, bist du vielleicht auch bald in unserem Team? Wenn du also Lust hast, mit uns Teil des Minihaus, der Minihaus-Familie zu werden, weil das kann man wirklich schon sagen, dann bewirb dich einfach und ich freue mich auf dich. Vielen Dank.